Wer am Schluss ganz oben steht? Bühne frei für den neuen Auftritt von Mercedes-Benz. Die Festhalle ist während der IAA das Zuhause der Premium-Marke. Wer glaubt, eine Wiederbelebung der bekannten Standkonzepte zu erfahren, wird überrascht. Mit großer Bühne und mit dynamischer Präsentation, bei der vor allem A- und B-Klasse im Fokus stehen, erschließt sich das Unternehmen mit dem Stern eine neue Zielgruppe. Gleichzeitig hat der Auftritt die Jury in ihren Bann gezogen. Was passiert hinter den Kulissen? Was haben wir jetzt im Film nicht gesehen oder gehört? Ich glaube, im Film hat man vieles nicht erlebt, was noch hinter den Kulissen alles passiert ist. Es war eine gigantische Leistung und hat riesen Spaß gemacht. Und leider ist die Bühne zu klein, damit man alle Personen, die beteiligt waren, hier auf die Bühne bekommt. Wissen Sie was, wenn Sie möchten, können wir das nachher ausprobieren am Ende der Show. Wir bieten Ihnen hier den Platz, den wir eben zur Verfügung haben. Okay. Sie kommen alle nochmal hoch und holen sich hier den Applaus ab. Vielen Dank. Ja, zu spät. Jetzt habe ich schon versprochen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.